Musik Neckarpfoten und ein Menschenfuß Klein von einem Kind Eindeutig rennend Okay Ich bin mir nicht sicher, ob ich wissen will Was hier passiert Wahrscheinlich hat sie so ein Kind Scherz ausgemacht Oder es hat Necker als Freund Mein Freund der Necker Ist tot Beider Necker Beider Necker Gut, was auch immer ein Beider Necker Gut Hier sieht leicht aus wie eine Folterkammer Zum Minimal Hier endet die Spur Wer würde an so einem Ort Bilder aufhängen? Sieht aus wie von einem Kind Oder von jemandem, der eine fürchterliche Klaue hat Zwei Stöcke über den Schultern Das soll wohl Ich sein Eine wunderschöne Zeichnung Und hier hätte mich fast der Felsen zerschmettert Aber wie hat die Person das so schnell gemalt? Ich meine, wir waren jetzt nicht so sonderlich lang da Neckarspuren beim Felsen Jetzt weiß ich, wo die herkamen Muss nur noch rausfinden, wer sie hinterlassen hat Ne, betrefft man sich jetzt nicht hinterlassen? Diese Kugeln noch stattfinden sind Indriagas Die sollten mir wohl das Licht ausblasen Insgesamt schon ein ordentlicher Plan Das dürfte der Treffpunkt sein Hm Dieser ganze Überfall war wohl eine Gemeinschaftsarbeit Wird Zeit, dass ich die Witzbolde treffe Ich habe mal jemanden gesehen, der hat so ziemlich geschlitten Und da war eine Taucherbrille an Echt? Ich weiß gar nicht, ich hatte Doch Ich weiß auch, was ich einmal gesehen hatte Da hatte sich jemand So eine Kapuze übergezogen Und dann einen Diesen durchsichtigen Kochtopfdeckel In diese Kapuze rein Dann zugezogen Und das dann quasi so als Als Schild gehabt Dann hätte ich auch so, sag mal Also so schlimm ist das Zwiebelschnitt Nein, doch nicht Dass ich mich dann erstmal zum Affen machen muss Nur um So eine blöde Zwiebel zu schneiden Äh Lass mich machen, das benutze ich mittlerweile die Schere dafür Ich schneide das mit dem Messer Ja, Petersilie und Schnittlauch Benutze ich fast immer Vor allem, weil wir jetzt schon Die erste Schnittlauchernte hatten Wir haben ja im Garten und pflanzen ja Einiges selber an Und Schnittlauch ist schon gewachsen wie Unkraut Nicht, dass es sowas gibt Ja doch, Kräuter schälen gibt es aber Ich kam bisher noch nicht in den Genuss eine zu kaufen Beziehungsweise hier ist es ja nicht für nötig Wir schneiden nicht Ja Es ist Es geht Es kommt manchmal auch auf die Zwiebeln an Es gibt manchmal Zwiebeln Da hat man überhaupt nichts Da drin gar nichts Dann hat man wiederum Zwiebeln Da läuft das Wir haben wirklich alles raus Dann hat ihm jemand die Beine abgeschnitten Ich gehe aus den Köpfen raus Ach was Doch nicht So Okay Ich kann Gedanken lesen Nein, kann ich nicht Aber Manchmal wäre das ganz cool Oder manchmal gerne Was meine Eltern denken Damit ich vielleicht Ehrlich mal verstehe Was in seinem Kopf Hör vor sich Die sind sogar gegen Entzündung Und man ist auf die Haute Ja, ich Ich meine auch mal sowas gelesen Aber ich weiß nicht Ob das wirklich stimmt Ich könnte es mir vorstellen Aber ich bin mir Sehr nicht zu 100% sicher So Der Berg gibt mir runter Ah Durch Zufall richtig gegangen Also Richtig runter gefallen Das muss es sein Ihr könnt rauskommen Ich habe euren Plan gesehen Außerdem kann ich euch hören Einer von euch pfeift wie ein kaputter Blasebalg Ein anderer hechelt panisch wie ein Reh in der Falle Und der dritte braucht was für den Hals Ich empfehle Thymian Oh, Göttling Würde mir mal jemand erklären Was hier los ist Du bist da Und wir sind hier Das ist los Diese Situation kann ich rasch beheben Kein Hexenbrei Schleck Oder Polly macht aus Hexerling Hexermus Genau Diese Augen Du bist unserer Gnade ausgeliefert Und wir sind gar nicht gnädig Ach wirklich Ich könnte mich einfach umdrehen und Polly sagt Hexer hält die Klappe Oder Polly macht Muus Da frage ich mich Warum er noch kein Muus ist Wer muss auch noch mit dabei Ihr solltet ihn umbringen Was? Davon war nie die Rede Überhaupt nicht Wir sollten ihn nur erschrecken Wir grässliche Hexer gruseln Fasst uns nicht an Ich glaube das habt ihr missverstanden Er ist ein Mörder Wie alle Hexer Wie der der meine Adalia umgebracht hat Was? Wer habe ich umgebracht? Tut mir ja leid wegen deiner Freundin Uns allen Wer ist Adalia? Aber dieser Hexer hat sie nicht umgebracht Wir können ihn ja nicht für die Verbrechen eines anderen bestrafen Ne Das Da war ein Link zwischen Das war es Lila unterlegt war Das hat so ein Botto als Link gesehen Ich habe auch schon geguckt Ob ich das irgendwie einstellen kann Aber Ich glaube die einzige Aussage macht er Wenn ich Dir eine andere Rolle Gäbe quasi Warte mal Wann ist einmal Probieren Ich weiß nicht ob das wirklich hilft Aber Ich bin mir nicht sicher ob es dann wirklich ist Das sind keine Einschaltungen sind alle rechtlich sind Ja Wie gesagt ich habe den ein Bot jetzt raus Müsste jetzt eigentlich auch gehen wenn ich mit dem einem Command arbeite hoffe ich Aber ich bin da noch gar nicht so firm drin Deswegen Verena hat diverse Unschuldige getötet Ich muss Deswegen habe ich dir jetzt einmal Ich habe auch schon viele Monster Kurz zum Ausprobieren Aber eine andere Rolle gegeben Weil ich weiß nicht ob mein Mod dann wirklich da Ja ja ich konnte lesen was du zugeschrieben hast Bei mir wird das ja nur Durchgestrichen Ich konnte dem das alles entnehmen Ja weil VIPs dürfen von mir halt links Er hatte Essen für die Scoiazelle Meine ich Reinschreiben Ich habe auf eine dicke Belohnung verzichtet Deswegen Da bin ich froh Es gibt nicht mehr viele von uns Mach dich nicht lächerlich Das war ich schon Habe ich das einfach mal kurz Kurz geregelt Ja ja wie gesagt War jetzt einmal kurz zu testen Weil ich weiß nicht ob das halt funktioniert Weil von äh Also mein Mod darf das ja sowieso Aber die anderen benutzen halt nie links Deswegen Ich kann es gerne mal testen Ob er das jetzt regelt oder nicht Ansonsten muss ich da nämlich auch Doch nochmal eine andere Einstellung machen Oder es halt Ja doch anders einstellen Über Hoffnung dass es nicht funktioniert Äh Ich habe einem Göttling gerufen Nein zwei Hansi und Sa Stimmt Hab ich auch schon gehört Siehst du Er ist gar nicht so verkehrt Lassen wir ihn ziehen Ja Ziehen lassen Jetzt Damit wir uns verfolgen Und schlachten Ich werde euch nicht umbringen Ich töte keine von uns begabten Wesen Lügner Alle Hexer sind Mörder Nein Ich töte Monster Das stimmt Das ist mein Beruf Aber nur wenn sie Menschen bedrohen Du hasst uns Doch alle Menschen hassen euch alle Weil sie euch nicht kennen Sie wissen nicht wer von euch gefährlich ist Und wer nur in Frieden leben nimmt Zwischen euch und den Menschen stehen nur wir Hexer Wir kennen und schützen beide Welten Wir töten die gefährlichen Monster damit die Vernunftbegabten leben können Super Okay Dann funktioniert wenigstens einer Einstellung Das ist schon mal gut Weil du Angst hast Du weißt, dass wir stärker sind Danke, dass du es nochmal ausprobiert hast Ich hätte euch jederzeit töten können Ich glaube ihn Dann weiß ich zumindest, dass dein Motto es nicht kriegt Ich glaube, er sagt die Wahrheit Ich könnte halt auch ne Ne Whitelist machen Mit einigen Sachen Aber da müsste ich das komplett Internet beforsten Na ja Ne Das könnte ein paar Stunden dauern Muss ich den jetzt töten? Ich sehe nicht Ich habe tatsächlich auch null Ahnung Ich habe tatsächlich null Ahnung von dem, was ich tatsächlich erfuhr Ich habe hier alles bisher immer nur angelesen Und dann gibt es natürlich noch so Sachen wie Das jetzt halt mit den Commands, die ich mir nicht anlesen kann Die ich, äh, selbst darauf hin muss Äh, warum kannst du das total mit synchronisiert? Ja, stimmt Das, das weiß ich sogar Auf jeden Fall in Dem DLC Blatt und Wein Röchter was Manche einfach verloren Genauso wie Pandora Die spricht auch Ne Rolle Und irgendwann noch, ich glaube, war das Robinata Kann es sein, dass der auch ne Rolle spielt? Mit Gronkh zusammen? Da bin ich mir jetzt aber unsicher Mit deiner Sprichtung mit Gronkh zusammen Und eine Rolle hat Gronkh auf jeden Fall auch im normalen Witcher, meine ich Also im Hauptspiel Da weiß ich aber nicht welche Kann auch sein, dass ich das schon verpasst habe und ich erkannt habe Aber Blood and Wine weiß ich auf jeden Fall Da weiß ich auch an welchen Stellen Jetzt verrate ich aber natürlich auch nicht wegen Spoiler Und so weiter und so fort Nicht, dass, äh, das einer nicht kennt und, ne? Es selbst herausfinden möchte Beziehungsweise kann ich auch nicht genau sagen, wo aber Ich würde sie wiedererkennen Dann das so Ach, ne, um Quatsch, wollten wir nicht machen Hexenaufträge Was wäre dann Wo ist das? Wo ist das? Wo ist das? Wo ist das? Da hinten Ja, also wie gesagt Ich meine es ist Probinator Glaube ich Der ja auch öfters mit Gronkh Da die Projekte mitmacht Aber hundertprozentig sicher bin ich mir nicht Ich weiß aber, dass seine Freundin da mitmacht auch noch. Ich freue mich auch schon drauf, wenn ich die dann quasi hier hören kann. Weil sowas finde ich halt echt cool. Wenn man dann halt auch Synchronsprächer mit drin hat, die man dann halt auch so kennt. Und auch gerne mal Videos zusieht, hört. Whatever. Ich glaube, ich muss einmal auf die andere Seite um. So. Nein, theoretisch hätte Gerät jetzt aufgespießt werden müssen. So. Schnellreiber. Freireise. Nehmen wir nach da. Wie es hier einfach immer nur am Regnen ist. Wir haben ihn erzürnt, Sven. Der Waldgeist sind nach Rache. Mit diesem Opfer sagt er uns, dass wir von den alten Wegen abgekommen sind. Ihn erzürnt? Dieses Monster hat schon fünf Menschen getötet. Es kümmert sich einen Dreck um Wege, Pfade oder dich oder mich. Es ist ein verficktes Monster aus dem verfickten Wald. Sein Brustkorb ist in zwei gerissen. Einen starken Geist habt ihr da. Ist das so? Und wer bist du? Geralt. Ich bin ein Hexer. Ein Auftragsmörder? Was willst du hier? Ich habe deine Notiz gesehen. Welche Notiz? In diesem Dorf leben nur anständige Menschen. Hier gibt es keine Arbeit für dich. Bist du sicher? Das war ein Monster. Aggressiv und unglaublich stark. Ich kann euch helfen. Gegenbezahl. Wer kommt zurück? Ich mag diesen Mann. Geh deinem Geschäft nach, Hexer. Ich glaube, wir werden uns einig. Du sagtest, die Kreatur will sich rächen. Warum? Wofür? Unsere Ahnen jagten mit Speer und Messer das Gefiegel dem Waldgeist. Er ließ uns entschriegen. Wir kannten keinen Hunger. Damals hat auch er getötet. Er hat immer getötet. Wie viele sind schon bei dem Versuch gestorben, Jäger zu werden? Als unsere Jäger im Krieg gestorben sind, ist das Biest noch blutrünstiger geworden. Wir sind an Kreuz. Andere bezahlen mit Gold. Wir bezahlen mit unserem Blut. Durch blinde Dummköpfe wie dir sind wir Sklaven unserer Furcht geworden. Also ich hoffe, es ist ja irgendwo. Diese Wälder gehören uns. Zeit, dieses Biest zu erleben. Weil ich glaube, der Autor der Reihe möchte das ja glaube ich nicht. Oder möchte zumindest die Rechte da ja wieder zurück haben. Wenn ich das richtig mitbekommen habe. Also ich weiß nicht, ob das wirklich möglich wäre. Aber cool wäre es. Ich würde es auf jeden Fall spielen. Ja dann, ich habe ja die Witcher-Reihe jetzt sowas von verschlungen. Überleg gerade. Wir spielen jetzt seit etwas über zwei Monaten die Witcher-Reihe. Wir haben eigentlich im Februar mit dem ersten Teil angefangen. Anfang, Mitte Februar. Und sind jetzt, zwei Monate später, noch mit Teil 3 beschäftigt. Das ist eine Hauptstory weiterbesetzt, als ich mit deinem Leben schon kenne. Das ist unheimlich. Wir sind meine verlohne Zwillingsschwester. Weiß ich nicht! Ich dachte bis heute, dass ich nur eine jüngere Schwester besitze. Ich habe ja immer noch die Hoffnung, dass ich adoptiert bin. Aber ich glaube... Ich glaube, die Setzung ist abgefahren. Ich bin nicht adoptiert. Dafür habe ich zu viele Ähnlichkeiten mit meinen Eltern. Ich wollte es auch gelöst haben. Also äußerlich jetzt. Komm mit zu mir! Wir handeln für das Biest ein faires Kopfgeld aus. Nein, ich bin nicht mit zu dir. Unser kurzes Gespräch und ein Blick auf die Leiche reicht nicht aus. Ich muss mich weiter umsehen und herausfinden, mit wem ich es hier zu tun habe. Kein Grund zur Hektik, Schlechter. Es ist noch nicht zu spät, um zu den alten Wegen zurückzukehren. Ich entscheide, was getan wird. Aber sammle schon mal Geld, nur für den Fall. Ja, es wäre ja nicht schlecht, wenn wir irgendwann mal wieder bezahlt werden würden. Das war ja mal ein tiefes Heulen. Äh, hab schon bei 600 Spielstunden investiert halt wirklich viel Tiefstunden im Game. Das glaube ich. Ich bin gerade mal bei 61 Stunden. Also gut, mittlerweile glaube ich... Hier ist eine Spur. Ja, bei 65, 66. Aber da kommen auch noch einige dünne und tiefe Schnitte, wie bei einem Rasiermesser. Und wenn ich die Stunden aus Teil 1 und Teil 2 mit dazu zähle, dann... Ja. Ja, sind es einige. Ich habe die Reihe verschlungen bis jetzt. Und mache mich auch gerade an die Bücher. Also... Ja. Bin verliebt. Diese Geräusche sind leicht unheimlich. Ach, Wolf. Ich mag weiße Wölf. Ich sehe weiße Wölf nicht töten. Vor allem sehen sie so flauschig aus. Und da sind die Spuren. Hat seine Klauen geschärft oder nur sein Territorium markiert. Ja. Okay. Dann einmal in diese Richtung. Dass sich diese Monster auch nie entscheiden können, in welchen Richtung sie gehen wollen. Da ist was. Was ich übersehen hatte. Zerschmetterte Knochen. Da steckt viel Kraft dahinter. Sinnlos, die Schläge zu parieren. Ein Waldschrat. Männlich. Sehr alt. Verdammt. Hat wahrscheinlich einen der Dörfler markiert. Ich glaube, so eine ähnliche Frage hat ich meiner Mutter auch als ganz, ganz kleinen paar gestellt. Genauso wie die Frage, habe ich irgendwo eine... Irgendein Geschwisterchen, von dem ich nichts weiß. Weil ich halt früher wirklich gerne jemanden zu spielen gehabt hätte. Aber ja. Ich wurde leider nicht zu dem Zeitpunkt mit einem Geschwisterchen gesegnet. Das kam dann 20 Jahre später. Später kannst du deine Würfe nur weiter vergessen. Ich bin zehnmal jetzt mitarbeitet. Okay. Nicht zu wissen. Aber ich entnehme mal, dass deine Mutter wahrscheinlich nicht mehr da ist. Oder? Wenn du das so schreibst. Das klingt zumindest so. Entschuldigung, wenn die Frage vielleicht so weit geht. Und du musst sie auch nicht beantworten. Also keine Angst. War jetzt einfach nur so... Interessensfrage. So. Warte. Geistesweides war das noch? Dann will ich auch so wenig Sachen haben. Rufen. Erstes Waldes. Das sieht nach einem mega großen Waldschrat aus. Das tut mir leid. Also wie gesagt, es tut mir leid, wenn die Frage vielleicht so direkt war. Ist kein schönes Thema. Also... Ein bisschen schnell weg. Ist im ersten DLC. Welches von den beiden? Ich weiß nicht, welches als erstes. Ich habe ja beide. Lick nie. Lick, äh. Uh, die Maritiumbomben. Die haben wir. Die Maritiumbomben. Das ist sehr gut. Aber ich hasse Waldschrater. Ich könnte mir vorstellen, dass er mir den Arsch verwohlt. So, wer war jetzt nochmal Harald und wer war jetzt nochmal Sven? Ach, du bist Harald. Er hatte nicht viele Freunde, oder? Die Menschen wollen heute nichts mehr von dieser Art des Sterbens wissen. Ja, ich weiß halt nicht, welches als erstes auskam. Ich erinnere mich. Ich war noch ein kleiner Bursche. Aber dann weiß ich zumindest, welches ich als erstes spiele. Ich hatte einen Raubzug auf unser Dorf an. Weil, äh, zu Witzler rauskamen. Mein Papa und mein Onkel haben sich hinter den Bäumen überlegt. Aber sie kaum entdeckt. Lag aber auch daran, dass ich halt... Ich weiß noch, wie sie einen Krieger nach dem anderen niedergemetzertragen. Und als sie dann Hasenschnauze umzingelt hatten, er hätte in dem Moment wohl lieber den Waldgeist erblickt. Wer etwas redet? Ja. Und euer Geist ist ein sehr alter Waldschratt. Aber trotzdem wäre ich sowas sehr vorsichtig. Du willst ihn töten? Er hat uns zu unbesiegbaren, starken Kriegern gemacht. Weil ich weiß ja nicht, wie der einzelne Mensch darauf reagiert. Und es ist ja schon sehr, sehr persönliches Thema. Deswegen... Lieber vorsichtig nachfragen. Beim Baum sagtest du, dass du noch eine andere Möglichkeit kennst, den Waldschratt aufzuhalten. Wir müssen zum alten Pfad zurückkehren, zurück zu den alten Wegen. Die Wälder mit Speer und Messer durchstreifen und auf faire Weise unsere Tapferkeit verweisen. Das wird ihn besänftigen. Unsere Ahnen haben den Bündnisstein im Wald errichtet und darauf Opfergaben von edlen Tieren dargebracht. So haben sie einen Pakt abgeschlossen. Mach es genau so. Geh entlang des Baches nach Süden. Und erziehe dich der Prüfung, indem du Wolfsherzen an der heiligen Stelle verbrennst. Ich bin mir doch nicht sicher. Ich habe mich noch nicht entschieden. Wenn du versuchst, den Waldgeist zu töten, wirst du Unheil über uns bringen. Gut, ich versuche es auf deine Weise. Aber wenn es nicht klappt, töte ich das Biest. Weise Entscheidung. Der Geist wird dich herausfordern. Du musst ihm standhalten. Wenn du es schaffst, das Bündnis zu erneuern, werde ich dich mit viel Gold belohnen. Wir haben schon viele Leute viel Gold versprochen. Und wie viele habe ich im Endeffekt bekommen? Gar nichts. Oder wurde weggescheucht. Welche angeblich die Leute, die ich hätte geschützt und angeblich getötet habe. Ja, ja. Oh, der Sturm passt ja. Der Geist möchte doch mal spielen. Naja, ich versuche es ja gerade auf die sanftmütige Art und Weise. Ich versuche ja, den Waldschrank erstmal nicht zu töten. Auch wenn ich es gerne tun würde. Dafür müssen Wölfe leiden. Die ich genauso wenig töten möchte. Weil Wölfe mit einem meiner Lieblingstiere sind. Platzieren. Oh, aha. Ich finde es echt unheimlich, wenn Raben oder Kränen in so einem großen Kug auf einem Baum sitzen. Und das hat jetzt was gebracht. Wie lange wird er jetzt besänftigt sein? So lange, bis wir das nächste Mal wieder zum Schwert greifen. So, nochmal sehen, was Harald zu sagen hat. Sechen Harald. Der Waldschrank hat mein Angebot angenommen. Ich habe Rauch aufsteigen und Krähen am Himmel fliegen sehen. Die alten Wege bedeuten wieder etwas. In ein paar Tagen wirst du es sehen. Ich habe meinen Teil erledigt. Du erwartest Gold. Stimmt's? Keine Sorge. Ich habe es. Nimm's. Du hast es dir redlich verdient. Hm. Am Bündnisstein werden noch mehr Jungen bei dem Versuch sterben, Jäger zu werden. Das Töten wird nie aufhören. Sehr cool. Ich habe dich nicht bezahlt, damit du mich belehrst. Du hast deine Aufgabe erledigt, Zeit zu verschwinden. Sieh an, Harald. Bezahlst den Hexer heimlich, damit er abhaut und das Monster leben lässt. Wir haben die anderen Ältesten umgebracht. Nur eine ist übrig. Der Tod ist nichts weiter als die nächste Stufe des Lebens. Ich begrüße ihn. Verschwinde, Hexer, und nimm dein Gold mit. Und Mord wird daran etwas ändern? Du hast deinen Teil getan. Dein Gold bekommen. Was willst du noch? Hier gibt es keine Monster mehr. Ich werde nicht zulassen, dass ihr ihn tötet. Zuerst der Hexer. Schnappt ihn euch. Ja. Das hat ja gut geklappt. So, was haben wir hier noch? Und auch das hier ist auf dieser Insel der Teil. Ja, Troll, da müssen wir ja. Aber wo ist hier nochmal? Ich bin jetzt einmal komplett dran vorbeigelaufen. Da gibt es eine Streamerin, die es gerade umspielt. Die sich eben anhören muss, wenn sie auf Björn losgeht. Entschuldigt sich dafür. Okay. Ich bin aber komplett zum Falschen ausgegangen. Oh ja, Ciri ist auch echt cool. Und Ciri habe ich auch einen Nacken gefressen. Rorik, stimmt's? Ich habe gehört, dass du auf dem Boot warst, dass die Ertrunkenen angegriffen haben. Ja, das stimmt. Ulf, meinem Cousin. Wir haben die Krabbenfallen von den Kieraklippen geholt. Ulf zog an einer Leine. Es ging schwer, ich dachte schon, toll, der Käfig muss voll sein, klasse Fang. Er hat was zurückgezogen, nach unten. Ein Ruck. Und Ulf war verschwunden. Ich habe ihn gerufen. Einmal, zweimal, dreimal. Dann wurde das Wasser rot. Ich roche etwas Furchtbares. Verrottetes. Noch schlimmer. Die Moire Djeblin warfen das Boot um. Ich weiß nicht mehr, habe ich was bekommen. Ich weiß nicht mehr, wie ich es am Land geschafft habe. Freya muss über mich gewacht haben. Das oder die Monster waren schon sehr. Die Antwort war tatsächlich auf beides dazu. Danke für die Geschichte. Von mir. Ich werde einmal nochmal eine ganz kurze Pinke-Paule machen. Ich bin in zwei, drei Minuten wieder da. Ich werde jetzt hier gleich was mit dem Boot drehen. Äh... Ich lasse mich aber mit der schönen Musik alleine. Ich lasse mich aber mit der schönen Musik alleine. Yum, yum.